Ich weiß nicht, wer dir das geht, in Psalm 40, so ich das ist das, in Psalm von David, Fährte singen. Ich lüge geduldig in den Hörn, dann beteckt Isaac und hielt mein Schreien. Er tragt mich in das gefährliche Loch und in den Samm rüht und stahl meine Feind ab in den Stein, dass ich sage, ich habe mir auch ein neues Leid am Mühl und ein Leid an seinen Gott gelaufen. Nun wurden viele seinen Wortgarten für mich in den Arm verleten und sich ab ihm verlassen. So, das ist, was David sagt in Psalm 40, dass Gott hat ihm gehalten, dass er in den Sammlach, in den Blattlach, wie wir sagen, in einer schlechten Schwäche steht und hat ihm seine Feind ab dem Stein abgesagt. Und wenn Gott dort getan hat, dann werden viele Lieder, hat er nie erlebt. Und viele Lieder werden Gott anfangen zu hören, für was sie sagen, was er an David getan hat. So, ich weiß nicht, wer dir das geht. Ich sehe, ich lege, dass wir das Leben fern, verlängst worden sind. Ich weiß nicht, dass ich alles fern schafft, wenn ich es durfte, sondern bei so einem Lieder hat er seinen Schein mit Troubles-Stil. Mir hat er dort nicht so schein erklärt. Ich weiß nicht, dass wir keine Troubles haben, dann können wir nur checken, dass wir den Schmuck des Schnees haben, nicht an Schärfeln denken. Okay, jetzt möchte ich einfach hier sagen, aber ich denke noch, dass wir eine Arbeitsstelle, die ich mal habe, dass wir nicht Troubles haben, nicht wie ich nie schaffe, dass wir Sass haben. Und ich weiß nicht, ob es dann auch Troubles ist, sondern es ist auch meine Schuld. Aber da war ich schaffe und da werden auch manchmal Troubles. Und ich war ein bisschen verantwortlich für so ein paar Dinge dran, nicht viel. Aber so ein paar Tage. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ein Tag, um einen Weg, dachte ich so, wir dürfen das nochmal. Große sind wir hier geworden. Und ich dachte, nun wird es fern schafft. Und nun wird es wieder geworden. Und das schafft es nicht ganz. Ich würde es gleich tun. Wir werden morgen kommen. Und ich sage, wir sagen, Klima ist hier möglich. Ich dachte so, man, wir dürfen das nochmal. Das schafft es nicht mehr. Ich sage das mal. Und dann warte ich jetzt einmal an, dass ich ein Sinne, ich kriege mich jetzt einmal zu sein. Ich sage, ich schafft es durch, dass ein Tag wird noch mal alles gefext sein, dann wird man alles fern schaffen. Und dann realize ich jetzt einmal, dass wir ein richtiges Ziel haben. Das ist schwer für unsere Mitmenschen, wenn wir so ein Ziel haben. Dass wir alles so perfekt schaffen. Und das gibt so viele Expectations für uns selbst und auch für andere. Und das andere denke ich erst, dass wir auf einmal zu sein können, dass das nicht einmal so weit ist, dass es dort kommt. Ich habe das gar nicht mehr an, was ich angedacht, dass ich dort ab schaffen werde. Aber ich kann das nicht einmal sein. Ich schaffe dringend darauf, dass wir noch einmal alles fern schaffen. Und dann, wenn ich euch alles gefext habe, dann wird das Fern fahren und dann wird wir leben. Und auf einmal sage ich, das wird nicht mehr so weit kommen. So, dann muss ich mein Ziel changen. Dann muss ich anfangen, zu schaffen, das Ding zu verbetern. Und es steht, das Ding perfekt werden. Und das ist ein sehr großer Change. Vielleicht hört sich das nicht gerade, aber ich glaube, wenn du da wirst, ich über nur denken, das ist ein großer Change von dringend schaffen, das Ding soll perfekt sein, oder dafür schaffen, das Ding soll mehr und besser sein, das ist, was der von der uns sein oder das ist, was der jester wird. So, wenn wir, vielleicht fangen wir uns auch mal gleich mal zu sagen, wow, wenn wir nicht schaffen, ob das so perfekt sein, dann denken wir so, oh, wenn wir abgeben, no, no, das ist nicht, was ich meine. Ich sehe, wenn wir schaffen, ob das Ding mehr und besser merken, das wird die jester werden und das wird die von der uns sein. Das ist ein besseres Ziel für mich zu betecken, weil es mir merkt, das ist für mein Leben. Das andere Ding würde ich mal belegen, dass ich mein Leben nur Gott übergeben würde. Dann dachte ich, okay, ich habe es dort gelehrt, wenn ich mein Leben ganz Gott übergeben würde, dann würden meine jesterliche Trübeln immer sein. Dann würde ich nicht mehr Fehler merken, dann würde ich alles, mein jesterliches Leben, das habe ich so oft zu verstehen, dann würde ich alles fern vor. Und das führt, es sei ja viel besser, wie ein ganz anderes Leben, als dort, wenn wir uns Gott übergeben haben, als wenn wir nicht haben. Aber es sei ein Wort, okay, aber du wein heute noch einmal struggelt, du wein, ich habe mich da noch einmal nicht scheuen, du wein, versinn ich mich noch einmal, du wein, es ist das Leben noch nicht perfekt, du wein, heute noch viel Versuchungen, du wein, da leben wir, du wein noch nicht perfekt. Das wäre für mich eine sehr große Täuschung, das sei dort ein Wort, aber das geht mir in Städter lernen, dass Gott jetzt mit uns töten, eben, wenn wir nicht perfekt sind. Gott geht mit uns töten am Leben. Und was ist das seltsame Leer? Aber Gott hat genug für uns, Gott nimmt uns an, er verjafft uns, und er will mit uns töten, und uns leben. Und er weint, dass wir nicht vollkommen sind. Und da war er mir dann gerade ein Unterschied, uns geht es nicht, okay, Gott ist immer mit mir, so dann, das wird der Prediger sehen, dann wollen wir abhören mit Physiken. Und das ist nicht, was ihr gesehen, aber was ist unser Ziel nicht. Unser Ziel ist immer eine Hecht, unser Ziel ist immer, bete zu wollen, unser Ziel ist immer, zu lernen. Aber wir müssen nicht realisieren, dass es perfekt, was wir nicht sehen können, und danach, und uns in Perfektion, und unsere Troubles, was wir haben, Gott ist mit uns, wenn wir am Wellen haben, in uns leben, wenn wir am Gläuhen. Und in der Bibel, wenn ihr in der Bibel mit haben, dreht, werde ich nun Matthäus Kapitel 14. Da habe ich eine Geschichte, wo ich mal jetzt mal überdenken, doch, wenn ich von euch das letzte Mal habe hier abgenannt, über Matthäus Kapitel 14, habe ich ein Fanart Bild, von wo uns Leben manchmal schafft, und wir wollen einmal Karte handkecken, in Matthäus Kapitel 14, und dort wird hier eine Geschichte von Petrus, ein von Jesus, seine Jünger, der wird ein bisschen Bruder, und ein Lied, ein Belehrwahlig Wort, ein Versachwahlig Wort, und da wird ein Belehrwahl, das wird von den anderen Jüngern gehalten. Und so, wenn wir mal diese Geschichte lesen, von dem Petrus, auf dem Wouter Jünger, so Matthäus 14, Vers 22, sagt es das, dann befohlt Jesus, seine Jünger, an das Bautenamt zu stehen, in der andere Seite fahren, in Heinein nach Aufschreit vom Volk, so dass wir da, wie Jesus hat, viele Menschen, ein paar Düsse Menschen, mehr auch gejäft, oder Eten, Unkers, ich glaube, Eten gejäft von, dass ein Jünger, seine Bräut und Fasch, ich glaube, das wird die Geschichte, wie wir, so die Menschen, alle ihr Fahrrad, der hinwunden, und Jesus nimmt Aufschreit von das Volk, so, ich bin, ich habe dir alle persönlich begreift, dass wir in so viel Menschen, habe ich alle, taubt um uns, jetzt sind da, und ich nehme Aufschreit von das Volk, und schaue dir eine Hüß, und dann sagt, es ist das, so, die haben sie einen langen Tag geholt, Jesus hat ein Tag, hier war ihr leert, und ihr redet, und ein Wunder geduht, so, nicht so zu oben, es war Vers 23, und als die Menschen weich waren, ging er für sich allein auf den Burg zum Beden, so eine Fandellier, was die die Ökos annehmen, in Eck, als das Uwe war, war er für sich allein, aber dort baut wir, nie all in Eng vom Land auf, in Wort von der Wallen, haben ihn her geschmeten, weil es der Wind wird, an gehen an, so dass wir, die Jünger, die an das Boot werden, und die, die sollen nicht, über das Leeg fahren, über das Wunder fahren, oder andere sehen, dass wir sie wollen, danach sein, oder den nächsten Tag, und Jesus, wie hier zurückgebleiben, allein, zu mit Gott reden, und, so wie klagt, drei Samarie, kam Jesus an, ab dem Wunder, und gehen gegangen, über das der Jünger am Sauen, ab dem Wunder gingen, wie an schrecklich Angst, in Säden, das heißt, gespannt, und schrien, hitt Angst, so, schau die dort färben, das ist ein interessanter Punkt, in, in Bautfall, abgewassene, grühte Männer, wort er hitt Angst, schrien, so, der grüelten sich sehr, wir haben eine Angst, von den, von den, Sturm, von den Wallen, wir haben Angst, von einem langen Tag, und dann auch, der Nachheber am Sturm, aber klag drei Samarie, so, sie werden schwach, und so, dass es uns zurückgeht, wenn wir nicht schlucken, oder wenn wir, so ein Drog sind, über dem, dann fangen wir an, schwach zu werden, und so, dass es die Jünger auch, und sie grüelten sich, und gesagt, er hat gesagt, wenn sie nach dem Temel, hier sein, dass Jesus an Bauter gegangen hat, so, wie tun sie ihr, so, wenn uns das ging, würden wir uns denken, oh ja, das macht Jesus, nicht, weil, ich weiß nicht, was wir würden denken, aber sie wissen nicht, sie grüelten sich, so, sah er, dass sie aus Angst schrien, aber dann rät Jesus mit an, und seht, ängstchen nicht, dass sie äck, Petrus seht am, hör, wenn du dir bist, dann sah er, dass äck, ab dem Wutern, nur die kommen soll, und Jesus seht, komm, Petrus steh ich, aus dem Bauter rät, und ging ab dem Wutern, nur Jesus abtell, aber als er den Wind sah, war er am Angst, und fang, ohne ihn zu gehen, dann schriech er, hör, rat mich, und Jesus strahlt, schwind, der Hund, üht, und krieg, um, zu heulen, und seht, um, oh Mensch, du hast einen kleinen Glauben, worum twiwelst du, wenn es sei, am Bauten anstehen, war der Wind stahl, die, was am Baut werden, kämen, und beten, um, und sehen, du bist, worauf dich, Gott sehen, sehen, mir wäre interessant, hier zu checken, selten, denke ich, was David erfährt, in Psalm 40, nicht, du bist in Doppelach, du bist in Psalm 40, wie hier, nein, du sagst, wie er, kriegst es, Päutris hier, am Bauten anstehen, und wer hat ihn da, David, raubt nur Gott, und Päutris, raubt nur Jesus, und Gott hat ihn da, und dann lief die Menschen, Gott, wenn Gott verirrt, getan hat, sie lief nicht Päutris, sie lief nicht David, sie lief Gott, für was Gott getan hat, und das Menschen, und sie dort, wenn du an die Erratung denkst, wenn du an die Dinge denkst, er ist für Gott, die gehalten hat, und wenn du Gott die gehalten will, und für sohn von den Tröbeln, wird dir da, er ist, als wenn Gott will, die da nicht gehalten, dann wird die Menschen, am Laufen, so, dann denken sie, ich glaube, wenn wir da und das, wenn der Tröbeln steht, nicht, okay, weil, sohn von den Tröbeln, die wir haben, sind nicht von Gott, den zwar hier schick, sohn von den Tröbeln, wie wir uns selbst an, sohn von den Tröbeln, sind wir, bloß wenn die Welt sind, nicht, so da sind alle Sorten, verschiedene Sorten Tröbeln, die wir haben, aber, kein Wort von Tröbeln, die wir von denen sind, Gott will uns der Ried halten, und Gott will, wenn wir uns der Beden sind, dann ist es ein Ziel, dass wir sollen am Laufen, wir sollen uns nur feilen, und die Menschen römen uns, wir sollen davon verteilen, dass Gott uns gehalten hat, und dass die Menschen, wo wir den Gott kennen, und so, da ist ein Punkt davon, so, was können wir lernen, in dieser Geschichte, Jesus bleibt dort, zum Beden, da ist ein Ding, was wir können lernen, so, Jesus, Gott sind sehen, wie ihr Gott selbst, und er bleibt dort, zum Beden, und er kommt von, wo Gott wir, und wo Jesus wir, sie sind ein, und, ob er in wassertiden, dann, sagen sie es, der hellige Jesus, und Jesus, und Gott, das drei, aber dass sie drei einig haben, als alle, das selbst hier, und so, dort kann eigentlich nicht alle, verschonen, und alle, übeln, aber, das nehmen wir, im Glaubens ist dort, so, Jesus bleibt, hängen, er wird als ein Mensch, und er betet, Gott am Himmel, er hat einen langen Tag, er hat einen langen Weg, er hat zwei geschaut, und er hat gute Dinge getan, und er hat eine Gemeinschaft mit Gott, er hat eine Kraft von Gott, und er hat dort, und er hat eine Familie für uns, eine Familie für uns, für mich und die, und das, wir so nehmen, das ist etwa das Wutte, Ewa. Ich nehme hier, das Bild, das ist ein Bild von uns, Leben. Und wenn wir dort dann in der Bibel machen, werden wir abposten, dass wir die Bibel reich leiden. Wir wollen das versägen. Wir wollen da nicht Dinge nachlesen, was da nicht sind. Aber es kann das Bild so sein, dass das erstes, wenn du in unser Leben gehst, in unsere Berufung, in unsere Familie, in unsere Arbeit, in unser Leben, was immer wieder geschaffen haben, was Gott sehen will, dass wir versägen das. Jesus schreibt das Wut da immer. Aber da kommt ein Sturm ab. Und wenn dein Leben noch so ist, als mein Leben, dann hast du manchmal Sturm. Da kommen Dinge ab, was nicht mehr daran hat, die kommen bloß ab. Die Jünger hatten den Sturm nicht gemerkt. Der Sturm käme ab, wenn dort es ist, die Welt schafft. So manchmal gleich wir sagen, oh, was ist das, was passiert dort und was passiert dort? Naja, manchmal müssen wir das wissen. Aber ein Ding müssen wir das annehmen, dass mir das dann ging, in ein Neu-Ober-Tür, nicht? Das Leben erst bloß, das ist Träubel. Das ist ein Porta-Fahn. Und das weiß wir auch. Manchmal müssen wir das bloß andenken und das annehmen, das Leben hat Träubel. So, Jesus kam hier ab und war, wie die Jünger haben noch gemerkt, dass sie sein haben, und sie können uns nicht unterhalten. Und da glaube ich, das schafft, wie uns das sagt, Gott kennt uns, er redet uns, und wir vernehmen das nicht einmal. Und wir haben uns manchmal Angst vor den Sturm. Ich weiß nicht, was wir für Sturm oder beleben, was du gerade beleben hast, aber Gott redet manchmal zu uns, und manchmal haben wir uns bloß Angst, was alles umkommen ist, oder was wir glauben, was er umkommen ist. Das sind die Jünger, wie wir noch gar nicht versuchten. Ebenso werden sie ganz safe am Boot, aber bloß das falsich sah, unheimlich. Und sie wissen nicht, was das wird wollen. Peitres hier, der hat den Glauben, dem nur Jesus rührt herauf, muss sich antworten. Oh, Jesus rührt hier zu mir. Gott hat hier was besonderet für mich. Und Jesus, I mean, Peitres hier hat er lange, für zu reden, nur Jesus. Und dort ist, wie ich in die vielleicht von der Leere haben, nur Jesus zu checken, und Glauben zu haben, dass er uns halten wird, und das ist leer, oder dass er mit uns ist. Jesus hat zu dir gesagt, dass er es immer machte. Glaubst du das? Raubst du dir nur an, dass du reitest, und dein Boot richtig schaust, wie sich dir das so maglich fällt, was du dir gebührt hast, mit was du kannst er im Leben vor. Und manchmal muss ich, wenn man best du dir mit dir stoppen, und dann sagt, Jesus zu verlassen. Dort, Peitres hat das Biefall, er will nur Jesus kommen, und das weiß ich nicht, wo er will, sondern er gleich denkt, zu proben, und er will um uns bei Jesus sein, und weit wir von unten stehen, dass, wenn Peitres auf einmal anwärt, dass Jesus da wird, da will er viel zu haben. Und so, dass wir in der Leu, was Peitres für Jesus hat, und auch in besonderer Glauben. Und als Jesus am Friedhof im Boot rückzukommen, dann da er, da zieht das wie nicht bloß ein Adventure, Jesus, ja, von der Friedhof, ja, komm nun, mir, versich das mal. Und so, was Peitres dann beleven, da ist gerade, was ich in du manchmal beleven. Peitres, in der Plotdeutsche Bibel sagt, ich kenne nur den Wind, oder nur den Storm, aber das macht nur die Wahl, nicht? Und so, ich weiß nicht, was die das geht, aber ich glaube manchmal jetzt, die das so, dass, hey, vielleicht checken wir er nur nur die Wahl, was am Leben ankommt. Und ich weiß nicht, was die für Wahl belevend ist. Also, dass die manchmal twiwelend ist, über Gott, oder über das Leben, oder die selbst, oder was du gelaufen hast. Manchmal denkt, wie zu sein, wie früher an uns, viel zu sein, oh, habe ich geloven, oder habe ich nicht geloven. Manchmal bedürf ich, das darf Menschen, das bedürfeln, das Gott, was drumgegeben hat, und nennt wirklich, unser Sinn, was wir machen, jeden Tag, von der 40, manchmal nur eine Wahl, nicht kann bloß eine Wahl, oder der Nächste, oder der Nächste. Vielleicht helfen wir mit Family-Situations drin, vielleicht Dingen, was wir gleich kontrollen können, wir weiten uns, das kann bloß jeder Tag, aber auch eine frische Wahl, eben, bloß einträchtig, und wir weiten uns dann nicht mehr, wo selber, das tun, und wir checken da, und wir versägen der Schwarm, und wir weiten nicht, und wir sagen bloß, wo wir durchkommen, wo wir noch einen Tag durchkommen, wo wir noch einen Tag durchkommen, und vielleicht es ist, vielleicht es ist, vielleicht es wird verpläutert gewesen, oder vielleicht sind es Gesundheitsprobleme, oder so Menschen, die haben noch so, die hoffen, bloß nur ihre feelings, nicht, sind die oft auch, die Menschen, so wie ihr fühltvoll seid, wir können noch nichts denken, es bloß, wo ein das geht. Ich sage, ich noch muss es so, zum der, und dann geht mir zuschauen, dort, ich denke bloß, an, wo das geht, und andere geht mir zuschleich, ich nicht bloß nur dort gehen, weil wir das was denken, nicht, dass wir ein Seminar leiden, oder vielleicht sind es schlechte angewandt, was wir haben, und wir denken bloß daran, und versichern, dass jemand zu fettet, oder es sind viele verschiedene Dinge, vielleicht das Geld, das trübelst, oder viel Pressure bei der Arbeit, vielleicht sind erst Tärchungen, was wir erleben, vielleicht hast du Angst für die Zukunft, oder wenn die eine Welt verjährt, oder etwas verjährt, und weiss nicht, was wir nicht, dann grüllen wir uns, nicht, so rund jaffnet sind, ich weiß, dass ein Kind dann hört, oh, welt eigen sein, und so wieder steht, das Wartux an, was ein kleines Kind hat, hat, dass ich immer davon gegrült, nicht, und so, vielleicht haben wir unsere Angst, was wir beleben, nicht, was immer die Wahlen, das kann viel verschieden sein, was immer die Trübeln sind, sind Dinge, die kommen immer frisch, nicht, und wir lernen uns über dem, manchmal wo wir das gewahren, nicht, das sind die selten Dinge, die kommen besser auf dem zu tun, was uns ungewand haben, weil wir abgetragen sind, was wir beleben haben, so dort ist ein Bild von was Peitres hier auch beleben hat, und wenn wir dort sehen, wenn wir nur die Trübeln gucken, dann fangen an, wenn die Trübeln sind, dann wir nicht mehr machen, und dann fangen wir an, die Trübeln zu sehen, dass wir nicht mehr sein, weil das 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 Peitres hier auf sinken das Bild von dem Mars rüht. Aber was Jesus und Peitres und David und das ist was mit David mit zu tun ist was wir in mein Leben haben wir haben wir werden gleich mit wem zu reden wir uns halten können das ist ein was wir tun Aber das ist was Peitres und David tut das ist das was uns zu tun und was mir zu halten wird und meine experience für mich selbst und wie Jesus rüht rüht und Peitres glaubt dass Jesus an verholt an water zu gehen und als er sagt er antwort dann glaubt er auch dass Jesus an verholt wird er schrieg nur Jesus und das was ich kann tun sein an die euren nab haben nur Gott und so das hielt sich dann vielleicht einfach nicht okay aber das bei der arbeit soll mir fehlt zu weiten wo meine family soll mir fehlt zu weiten wo meine gesundheit soll und das sind alles real getrubbelt aber ich rede von wo ist die hoffnung rübt du Gott hast du vertraut ab am das heute halten wird weil Gott uns halten heute change viel mal unsere Umstände nicht die Geld trübel ist noch haben unsere Angst will vielleicht leicht blieben oder die tot kommt noch nisch betra als vorher duiden die family blift ist der dat und was immer das sind uns je viel leben blift leicht ist dort aber wenn wir können Jesus checken sie dort ist wenn wir unser Haupt kommen das für uns Gott das ist von was wir reden dann dann kann Gott uns Gott von Bann changen und dann helpt uns mit Leben viel beter zu deal becaus das Leben ist was das ist nicht und so wird ja wie der vor worden hat das fehlt uns Jesus mir fehlt das an Jesus zu leben vor worden und ich glaube das auch und so wir können an Jesus glauben rüttere um den arm und sieht das ding aus und das ist das man schutz trägt dann wir in min jungen wohnen wir in hühe sment wohnt die ging mit riefen ab im kanal wie im dorn wir gingen die boven wie so eine acht tiendzaal bräude wohnt und mein älter jungen jungen sind möt ich boven aber mein jüngster jungen bin nicht ganz schmack mit kommen und er hat gesagt er mit hund geöff der nomad und kommen mit mit aber ich gesagt ok und einen sieht däup das wird eine schlucht und so nun weiß ich habe mein jungen verloten mein sieben jüngster jungen wird an meine hand anh halten er hält meine hand aber ich will seine hand halten nicht das wird mich verlaten und so das ist wie für mich ein schmack Bild von die in Gott ist das nicht bloß du die soll an Gott anh halten das ist du aber Gott hält deine hand nicht alle ab zu uns Gott will uns auch er hält uns auch und daraus wir uns verlaten so ein größer dink ist reichen wir unsere hand nur Gott das und die erste Frau und das zweite dink was wir können weiten wann wir tun dass Jesus seine Hand nimmt und seine Ohren nimmt dass wir nicht bloß Jesus hält seine Hand an okay wenn er kost dann Jesus nahm und ging sie taub nun bo und ich glaube dort ist meine Tüte ist rückgerannt ich wollte noch mehr reden aber dort ist meine Message und das was wir ableggen da ich wehren wehren aber wehren und das changed vielleicht nicht das aber das changed uns und da ist das erste und neudigste was fehlt dass wir am glauben wiederleben und wir können viel davon sorgen dass die Menschen wurden Gott Ehren so Gott bless you und im Psalm saß die in Farge auf als ein Farge in der ist das und Gott sie eine voort als eine volle Freude und so das wie wir wollen sagen und Gott sie eine voort sagen Gott bless you